Guten Abend, liebe Leute. Es ist Zeit für das wieder mal Internet-Knappe-Daily. Auch heute war der Tag sehr durchwachsen. Heute Morgen, so von, also um 9.30 Uhr hatte ich Homeoffice-Meeting hier. Um 9.33 Uhr fingen die Disconnects an. Die gingen auch komplett durch bis so 13, 14 Uhr. Dann hat der Provider gesagt, okay, wir stufen nicht wieder runter auf 16.000er-Leitung. Dementsprechend war da auch wieder nichts drin. Die 16.000er-Leitung läuft jetzt aber erstmal. Das heißt, ich habe immer in dem Internet, kann so ein bisschen Stream gucken, auch schlechter Qualität. Aber ich habe halt keinen Upload und dementsprechend ist der Stream ausgefallen. Ich habe mir aber heute Nachmittag die Location angeguckt. Von den Räumlichkeiten her, mega geil. Aber auch an vielen Punkten viel zu machen. Das heißt, ja, da muss man nochmal gucken, wie man da auch den Kaufpreis rechtfertigt. Wird ein bisschen wild, glaube ich. Dementsprechend muss ich da mal schauen, was eigentlich da geht und was nicht. Morgen gucke ich mir, wie gesagt, die nächste an. Aktueller Stand ist, ich gehe davon aus, dass morgen auch kein Stream ist, weil das Internet nicht gehen wird. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, aber die Hotline sagt aktuell schon, wenn man rangeht, so, hey, hier, wir wissen, es ist ein Problem da. Die Wartezeit ist ungefähr so 45 Minuten, teilweise 60 Minuten. Und dementsprechend, ja, wissen die hoffentlich Bescheid und das beheben die hoffentlich. Und vielleicht habe ich Glück und ist morgen einfach wieder gut. Oder es ist morgen einfach immer noch Katastrophal und ich habe jetzt Montag wieder Internet. Ich weiß es nicht. Deswegen werde ich mich morgen wahrscheinlich noch ein, zwei Mal in die Hotline hängen. Je nachdem, wie es morgen früh aussieht und wie viel Zeit ich habe und wie lange die Hotline Warteschleife ist und so weiter und so weiter. Und, ja, hoffe, dass es klappt, aber ich gehe davon aus, dass nicht. Das heißt, morgen ist für mich eigentlich nur Location angucken, falls da ein Internet da ist. Wäre danach noch kurz Cast mit Peruby. Aber ich würde mich nicht drauf festnageln lassen, weil, ja, Internet gerade nicht läuft. Und jetzt mal das Daily aus, damit es nicht so riesig wird und der Upload auch nicht so ewig lange dauert. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht irgendwann und kommt gut in den Freitag. Hau dir rein!